Hi! Diese Folge ist ein bisschen anders als alles andere hier. Zurzeit ist ein bisschen der Wurm drin. Wie ihr schon gemerkt habt, kam Mittwoch kein Video, obwohl eins kommen sollte, weil mein Schnittprogramm sich einfach geweigert hat, eine fünftige Datei herauszurendern. Und jetzt habe ich aufgenommen. Und während ich aufgenommen habe, kam ein Fehler. Und die Aufnahme ist jetzt halt kaputt. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Hier, das ist die Aufnahme, die ich jetzt gerade tätige. Das ist ja normal, dass man die jetzt nicht öffnen kann, weil die ist ja gerade dabei, sich aufzubauen. Aber ja, hier habe ich das ja nochmal getestet. Und hier habe ich halt angefangen. Man sieht, also ich habe schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Wenn man hier drauf geht, steht hier Wiedergabe nicht möglich und die Datei ist halt beschädigt. Und das ist halt ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Das Ding ist, mir hat die Folge halt wirklich gut gefallen. Ich hatte so viel Spaß eigentlich, richtig gute Laune. Und ich habe Witze gemacht und keine Ahnung, es sind ein paar coole Sachen passiert. Ich werde euch jetzt einfach davon berichten. Weil ich bin ehrlich, ich nehme das jetzt am Abend vor dem Release auf. Und da habe ich jetzt auch einfach nicht mehr so die Power, jetzt einfach noch einen neuen Part aufzunehmen oder das nachzuspielen. Oder keine Ahnung, ich werde nämlich den Spielstand jetzt einfach so lassen. Und dann spielen wir einfach beim nächsten Mal so weiter. Weil ich will das jetzt nicht ungeschehen machen, nur weil die Datei kaputt ist. Also Melody hat hier und da ein paar Fähigkeiten Level bekommen. Gerade in Loic zum Beispiel auch. Sie ist jetzt wieder schwanger. Also sie hat Kinder bekommen zuerst. Und hat dann mit diesem Shingo Sasaki nochmal Kinder gezeugt. Die neun Kinder heißen Pete und Dylan. Und die Kinder hier haben alle Fähigkeiten auf Level 4 erreicht. Also jeder eine. Damit die eben dann, ja jetzt halt Montag ingame, dann in der Schule besser werden können. Es ist jetzt halt richtig blöd gelaufen so. Und es tut mir auch richtig leid, dass jetzt dann nur so eine komische Folge online kommt. Aber ich dachte, es ist immer noch besser, als wenn gar nichts kommt. Aber ihr könnt sicherlich auch verstehen, dass ich jetzt nicht die Motivation habe, jetzt nochmal eben noch mindestens eine Stunde oder sowas dran zu hängen. Weil irgendwo sind natürlich dann auch die Grenzen erreicht. Weil ich meine, es war sowieso für mich eine anstrengende Woche, sage ich mal. Gerade auch dieses, dass zum Beispiel Mittwoch, das jetzt auch wieder nicht geklappt hat mit einem Video. Irgendwie ist der Wurm diese Woche drin. Aber dafür kommen nächste Woche drei Videos. Montag holen wir dann das Video nach, was eigentlich Mittwoch kommen sollte. Das ist ein Speedbild. Mittwoch kommt dann irgendwas, weiß ich noch nicht. Und Samstag kommt dann, wie gehabt, die Lucky Legacy Challenge. Ich hoffe, dass das wenigstens was ist, worauf ihr euch freut. Ja, ich habe hier halt gescherzt von wegen, dass das ja wahrscheinlich dann die letzte Folge vor dem Infant-Update ist. Eigentlich hätte ich jetzt ja dann noch länger gespielt, damit wir noch weniger damit zu tun haben. Aber vielleicht wären die Babys dann halt beim nächsten Mal einfach schon zu Infants. Es bleibt spannend. Und ja, ich hoffe hier, wie gesagt, ihr könnt einfach nachvollziehen, jetzt was so mit meinen Entscheidungen ist. Und ich hoffe, ihr freut euch dann einfach auf kommende Videos. Ich kann verstehen, wenn man enttäuscht ist. Ich bin es selber ja auch. Aber ja, beim nächsten Mal haben wir dann hoffentlich wieder bessere Laune. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.